In diesem Video zeige ich euch die besten FIFA 22 Talente, die unter 5 Millionen an Marktwert haben. Und ihr seht hier direkt schon ein Problem. Wenn ihr zum Beispiel in der dritten Liga startet, dann sind Spieler, die in der ersten Liga spielen, nicht bereit sich neu zu orientieren. Das heißt, die könnt ihr dann nicht verpflichten. Und es gibt natürlich auch Spieler, die ausgeliehen sind. Die verschwinden jetzt alle komplett von dieser Liste. Darunter fällt zum Beispiel auch Kaiki, der hier bei Manchester City ist. Die Liste ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr klein geworden. Wir werden die jetzt mal durchgehen. Jetzt haben wir hier erstmal einen Stürmer, der 84 Potenzial hat. Den zeige ich euch erstmal, weil der sehr, sehr günstig ist. Später kommen wir nochmal zu den sehr, sehr günstigen Spielern. Das sind eher so ein bisschen teurere Spieler, die wir jetzt haben. Aber ja, 84 Potenzial, Stürmer, 59er Gesamtstärke. Den kann man auf jeden Fall günstig bekommen. Und der hat auf jeden Fall jede Menge Antritt. Ich würde euch empfehlen, denen vielleicht auch den Flügel zu trainieren, denn der hat nur 62 Abschluss. Der wird da dann wahrscheinlich viel, viel besser sein von der Gesamtstärke her. Alle Spieler bis Gavi haben auf jeden Fall jetzt 85 Potenzial. Also die nächsten sieben Spieler. Die nächsten sechs Spieler haben auf jeden Fall 85 Potenzial. Der erste ist auf jeden Fall ein ZOM aus Polen, Kozlowski. Den bekommt ihr auf jeden Fall für unter 5 Millionen. So sehen auf jeden Fall hier die Werte bei ihm aus. Außenrissschuss, Dribbeltechniker. Also mit denen werdet ihr auf jeden Fall ein bisschen Spaß haben. Aber er ist jetzt auch kein Ultratalent, wo man denkt, okay, der hat irgendwas ganz besonders heftig. Aber Beweglichkeit und Ballons, also der lässt sich auf jeden Fall gut spielen. Perfekt für die ZOM-Position. Den nächsten Spieler könnt ihr leider nur per Freigabesumme bekommen. Der ZOM ist ein bisschen über 5 Millionen, aber der hat 87 Antritt. Vielleicht gefällt euch der ja und ihr wollt den holen. Auch wenn das natürlich ein bisschen über Preis ist. Aber vielleicht, falls ihr was für Winter oder die nächste Saison auf jeden Fall braucht. 78 Dribbling ist hier noch am Start. Ballkontrolle ist am Start. Also mit dem kann man auf jeden Fall auch Spaß haben. Auch zum Flügel hier umwandeln vielleicht noch. Und dann kommen wir direkt hier zum nächsten Stürmer. Der ist auf jeden Fall auch Linksfuß. Falls euch das auf jeden Fall wichtig ist, 82 Antritt, 69er Abschluss. Und den solltet ihr auch locker unter 5 Millionen bekommen. Die nächste Position ist wieder ein Flügelspieler. Da wird es ein bisschen schwieriger, den für 5 Millionen zu bekommen. Aber wenn ihr da so ein bisschen Verhandlungsgeschick habt, könnt ihr das vielleicht erreichen. Beziehungsweise auf jeden Fall schaffen. Sonst einfach einen Spieler mit ran bieten oder sowas in die Richtung. Das sind auf jeden Fall hier die Werte von ihm. 75 Dribbling. Und wir gehen direkt zum nächsten Spieler. Der ist auch auf der linken Seite aktiv. Im linken Mittelfeld ist auch Linksfuß. Bei dem wird es auch wieder ein bisschen schwieriger. 5 Millionen quasi nur für den auszugeben. Aber sollte auch machbar sein. Aber nur 72 Antritt, das ist natürlich für ein linkes Mittelfeld vielleicht nicht ganz so viel. Dann kommen wir jetzt auf jeden Fall zu Gavi. Der spielt beim FC Barcelona. Ist 16 Jahre alt. Kann man auch leider nur über die Freigabe-Summe hier ziehen. Also hier auch wieder vielleicht ein bisschen warten und dann die Freigabe-Summe ziehen. Genau das gleiche bei dem Innenverteidiger. Den kennt ihr vielleicht schon aus FIFA 21. Sehr, sehr bekannt. Hier seht ihr nochmal die Werte von den beiden Spielern. Gavi 16 Jahre alt, von Barcelona. Dann kommen wir jetzt nochmal zu einem englischen ZOM. Cavallo. Den bekommt er auch auf jeden Fall locker unter 5 Millionen. Der hat nicht so viel Marktwert, weil da auf jeden Fall der Vertrag ausläuft. Da könnte vielleicht sogar noch unter 2,6 kommen. 67er Gesamtstärke auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall die Statistiken. Ich würde sagen, das ist ganz stabil für den ZOM. Und der hat hier 86 Potenzial. Genau wie Sergio. Gavi war noch bei 85 Potenzial. Dann kommen wir direkt zum letzten Spieler. Aber wir machen natürlich gleich weiter. Der Spieler ist aktuell zu wichtig für den Klub. Da könnt ihr vielleicht versuchen, mit Salzburg in Verhandlungen zu gehen für einen anderen Spieler. Und da quasi einen Stürmer einzutauschen. Dass die quasi einen Stürmer haben. Dann kann man diesen Spieler wahrscheinlich wieder verpflichten. Und auch in der neuen Liste gibt es noch einige Leute. Also ich habe schon nach 1. Liga uns ein bisschen rausgefiltert. Die sich nicht umorientieren wollen. Aber wir gehen jetzt in die neue Liste rein. Lasst auf jeden Fall jetzt noch schnell einen Like da, falls euch das Video gefällt. Jetzt haben wir nochmal richtig viele Talente hier gleich am Start. Den Torwart können wir hier auch nicht verpflichten. Aber der ist am Anfang ein freier Spieler. Den hat sich Eindhoven einfach so geholt. Der hat 84 Potenzial. Kostet auf jeden Fall unter eine Million. Beziehungsweise vielleicht bekommt ihr ihn auch noch am Anfang der Karriere als freien Spieler. Wollte ich euch kurz nochmal zeigen. Mit 84 Potenzial kann man da auf jeden Fall nichts falsch machen. Aber natürlich schon sehr, sehr schwach von der Gesamtstärke. Und schaut gerne mal auf einem Kanal vorbei. Da gibt es noch viel, viel Content hier mit Talenten. Wir werden jetzt mal nach Position sortieren. Wir fangen direkt hier mit dem Torwart an. Alle Spieler auf dieser Liste haben eine 83er oder einen 84er Potenzial. Und wie gesagt, das Schwierige ist, Spieler zu finden, die man halt auch verpflichten kann. In der dritten Liga, den Torhüter kann man auf jeden Fall verpflichten. So sieht das Ganze aus. Aus Griechenland. Wir gehen direkt zum nächsten. Der kommt hier aus England. Beziehungsweise aus Irland. Aber spielt in England bei Portsmouth. Der wäre auf jeden Fall die bisschen günstigere Variante. Aber natürlich dafür auch klar, ein bisschen schlechter. Kommen wir auf jeden Fall mal wieder zu einem sehr, sehr schwachen Spieler. Den kann man per Freigabesumme ziehen. Also falls ihr noch ein bisschen Geld übrig habt, 1,6 Millionen, sowas in die Richtung. Dann könnt ihr euch den auf jeden Fall holen. Oder einfach ein bisschen abwarten und gucken, ob der dann irgendwann in der Karriere immer noch die Freigabesumme hat als 70er oder sowas. Die Werte sind jetzt natürlich nicht so top. 58 Antritt und so weiter. Ihr seht es ja hier. Aber wie gesagt, der kann sich entwickeln. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, was sich so mit dem tut. Das wäre auf jeden Fall eine bisschen teurere Variante. Aber könnte auf jeden Fall auch noch unter 5 Millionen auf jeden Fall glatt gehen. Da seht ihr die ganzen Statistiken und wir kommen direkt zum nächsten. Das ist ein Schweizer. Den bekommt ihr auch auf jeden Fall für unter 5 Millionen. Wir gucken mal. Der war zum Beispiel Linksfuß. Der ist jetzt wieder Rechtsfuß. Der ist auch Rechtsfuß. 72 Antritt. Das sieht natürlich schon mal gut aus. Hat hier auch die Führungsstärke. Das heißt, das könnte auch euer Kapitän in der Karriere werden. Und vielleicht habt ihr gemerkt, Rechtsverteidigerposition war nicht am Start. Deswegen stelle ich euch hier im Nachhinein nochmal zwei Spieler vor. Wagnumann kennen bestimmt ganz viele. 71er Rating, 82er Potenzial. Und als Alternative mit einem Potenzialpunkt weniger. Also mit 81 Potenzial und mit einem Startrating von 63. Justin Shea vom FC Dallas. Den solltet ihr auch verpflichten können. Ihr seht es, der hat auch eine Freigabesumme von 2,3 Millionen. Aber theoretisch könntet ihr natürlich auch einen Linksverteidiger auf die Rechtsverteidigerposition umtrainieren. Zum Beispiel Felix Agu ist Rechtsfuß. Das heißt, das würde da auf jeden Fall Sinn machen. Davor kommen wir aber natürlich zu diesem Mexikaner. Auf jeden Fall 63er Rating. Der ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger. Ich habe Felix Agu jetzt nochmal mit reingenommen. Hat eine Freigabesumme. 5 Millionen wird schwierig auf jeden Fall, bei dem das zu bekommen. Aber das ist ein Hammerspieler. Ihr seht es hier, 90 Antritt. Also den habe ich auch in FIFA sehr, sehr hoch gebracht. Also in FIFA 21 weiter ein Wurf. Das ist ein klasse Spieler. Damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Aber müsst ihr natürlich ein bisschen mehr investieren. Dieser Linksverteidiger ist natürlich ein bisschen langsamer. Alejandro Gomez hier. Aber gut, eine günstige Alternative auf jeden Fall. Kommen wir direkt zur nächsten Position. Rechtes Mittelfeld. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen teuer. Ich packe die Spieler jetzt mal rein. Falls ihr noch eine Million oder so mehr habt. Zum Ausgeben packe ich es lieber hier rein, anstatt es einfach nicht zu machen. Der kann auf jeden Fall drei Positionen spielen. Hat einen 72er Antritt. Aber 70 Abschluss, das heißt als Stürmer umzutrainieren, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Ist auf jeden Fall auch so ein bisschen so ein Dribbler. Kommen wir direkt zum nächsten Spieler. Der ist übrigens auch Linksfuß. Also da vielleicht auch sinnvoller, den auf das linke Mittelfeld zu stellen. Oder man zieht nach innen, wie man will. Zweite Position, beziehungsweise zweites, rechtes Mittelfeld. Diesmal aus Belgien. Der hat auf jeden Fall ein paar mehr Eigenschaften. Vier Stück an der Zahl. 82er Antritt auf jeden Fall. Abschluss ist natürlich gar nichts. Deswegen, der hat auch alle drei Positionen. Stürmer macht da überhaupt keinen Sinn. Aber ja, den wird man auf jeden Fall auch für unter 5 Millionen bekommen. Oder man wartet ab, bis der schon besser geworden ist. Und holt ihn dann für 6 Millionen. Jetzt kommen wir hier zur ZM Position. Da seht ihr direkt, der Spieler, beziehungsweise der Verein, will den Spieler nicht abgeben. Wie gesagt, da könnt ihr meistens, ich weiß nicht, ob es jetzt bei Español der Fall ist, aber versucht einfach mal einen Spieler da quasi ranzubieten, der auch ZM ist, bei einem anderen Transferangebot. Dann gehen diese Nachrichten manchmal weg. Hat auf jeden Fall auch eine Freigabesumme von unter 5 Millionen. Das heißt, da kann man auch auf jeden Fall abwarten. Linksfuß auf jeden Fall. Das sind die Statistiken. 75 Antritt ist ganz gut für einen ZM. Vor allem mit einer 64er Gesamtstärke. Kann man überlegen, ob man den vielleicht auch auf den Flügel trainiert. Kommen wir direkt zum nächsten Mann hier. Das ist Marco Bulat aus Kroatien. Der wird auch ein bisschen teurer auf jeden Fall sein. Der ist auch so ein richtiger ZM auf jeden Fall. Ausdauer 75. Ballkontrolle, kurzer Pass, langer Pass. Also der ist da auf jeden Fall perfekt aufgehoben auf der Position. Der nächste Spieler kommt vom gleichen Verein. Und es kommt natürlich auch hier von Kroatien. Also ja, das sind quasi die gleichen Spieler. Nur der eine ist günstiger. Die Statistiken sind aber natürlich auch noch ganz wichtig. Aber die sehen wirklich gleich aus. Also ja, das können auf jeden Fall Brüder sein. Das sind so Klonen mäßig. Also falls euch der zu teuer ist, dann holt euch einfach den. Der ist vielleicht noch so ein bisschen offensiver sogar. Der nächste kommt nicht aus Kroatien. Der kommt aus Mexiko. Ist auch wieder ein bisschen teurer auf jeden Fall. Aber hat dafür auch 80 Antritt auf der ZM Position. Kann man auch wieder überlegen, ob man den umtrainiert. Aber gut, langer Pass, kurzer Pass. Sehr, sehr gute Werte auf jeden Fall. Das war es auf jeden Fall mit dem ZM. Kommen wir auf jeden Fall zum linken Mittelfeld. Da seht ihr wieder die Nachricht, der Klub will den nicht verkaufen. Aber da könnt ihr wieder das gleiche machen, dass ihr ein linkes Mittelfeld ranbietet. Dass die quasi einen bekommen, wenn ihr dann noch einen schlechten habt im Kader. Das heißt, wir kommen direkt zur ZOM Position. Da haben wir einen Norweger, der drei Positionen spielen kann. 74 Antritt. Dürmer macht da auch wieder gar keinen Sinn, den da auf diese Position zu trainieren. Den Namen ist vielleicht auch besser, wenn ich den nicht ausspreche. Weil spätestens hier wäre das komplett schief gelaufen. Wir gehen direkt zum nächsten ZOM. Der kommt von Aston Villa. Den können wir nicht direkt verkaufen bzw. kaufen. Aber wir können hier auf jeden Fall die Freigabesumme ziehen. Wäre natürlich blöd, jetzt hier mit dem Marktwert aktuell zum Start die Freigabesumme zu ziehen. Aber ihr wisst Bescheid, vielleicht für später. Und der nächste Spieler, der hat zwar einen Marktwert von unter 5 Millionen. Aber wird nicht 5 Millionen kosten. Außer ihr macht irgendwie einen Tauschstil oder sowas. Aber den will ich euch hier auf jeden Fall auch nochmal reinpacken. Denn die Statistiken sehen auf jeden Fall sehr, sehr gut aus hier. Kommt aus Tschechien. Und wird auf jeden Fall bestimmt viel Spaß machen. Und der nächste kommt aus Kroatien. Also ihr könnt euch ein kroatisches Team so ein bisschen bauen. Sehr viele kroatische Talente. Auch wenn Kroatien die Nationalelf nicht dabei ist hier in FIFA 22. Da wird es auch wieder knapp mit den 5 Millionen. Das sind auf jeden Fall die Statistiken. Müsst ihr euch überlegen, ob der euch das auf jeden Fall wert ist. Dann kommen wir hier zum rechten Flügel. Dolan kann wieder 3 Positionen spielen. 5 Millionen sollte da auf jeden Fall fit gehen. 85 Antritt auf jeden Fall. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und 91 Beweglichkeit. Also das ist ein Spieler, den kann ich euch wirklich empfehlen. Der kann auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß machen. Und wie gesagt, man findet solche Spieler mit solchen Werten nicht so oft. Weil die meisten ja meistens schon bei den richtigen Top-Klubs in der 1. Liga und so weiter spielen. Kommen wir jetzt zur Stürmerposition. Da haben wir jemanden aus der B-Mannschaft von Real Sociedad. Einen spanischen Stürmer, den ihr auf jeden Fall auch sehr günstig bekommt. Werte sind jetzt nicht so überragend. 70 Abschluss, also das ist schon ein Stürmer. 11 Meter könnt ihr auf jeden Fall mit dem schießen. Aber ja, da ist auf jeden Fall noch viel Entwicklungspotenzial. Aber schneller Stürmer ist das natürlich nicht. Dafür ist auf jeden Fall der nächste Stürmer von Molde FK. Hier ein sehr, sehr schneller Stürmer. 86 Antritt auf jeden Fall. Aber der Abschluss ist einfach mal gar nichts. Also da sollte man auch überlegen, ob man den vielleicht nicht lieber auf den Flügel packt. Da ist er, glaube ich, ein bisschen besser aufgehoben. Aber ja, den bekommt man auf jeden Fall für unter 2,7 Millionen. 18-Jähriger aus der Elfenbeinküste. Auch ein sehr, sehr gutes Talent. Kommen wir zur linken Flügelposition und kommen wir zu den letzten beiden Spielern jetzt hier. Wir haben nochmal einen Engländer von Burnmouth. So sehen auf jeden Fall hier die Statistiken aus. Ein paar Distanzschüsse kann man mit dem auf jeden Fall auch machen. Beziehungsweise ist, glaube ich, nur für die CPU. Gut, dann auf jeden Fall nicht. Dann will man auf jeden Fall nicht gegen den spielen. Und jetzt kommen wir hier zum letzten Spieler. Lasst davor auf jeden Fall gerne einen Like da. Falls es euch gefallen hat, schreibt mir ja noch weitere Talente in die Kommentare. Für die Leute, die das hier gerade gucken, wenn es noch gute gibt. Wie gesagt, das sind die Besten, die jetzt über 83 Potenzial haben und die man auch verpflichten kann. Das ist ja so der wichtige Punkt. Schaut gerne auf dem Kanal vorbei, falls ihr noch mehr Videos sehen wollt. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dem letzten Talent hier. 19 Jahre alt, aus Argentinien. Hat eine Freigabesumme, die man auch ziehen muss. Das heißt, hier auch wieder ein bisschen abwarten. Statistiken sind auch in Ordnung. Und damit endet auf jeden Fall hier das Video. Das sind auf jeden Fall die Talente. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Wie gesagt, schaut jetzt auf jeden Fall auf dem Kanal vorbei. Da gibt es viele Splinter Grories mit Talenten und so weiter. Bestimmt findet ihr da auch noch weitere Videos zu Talenten, die zum Beispiel unter eine Million kosten oder sowas in die Richtung. Wunderkinder, die die besten Potenziale und so weiter haben in FIFA. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Bis zum nächsten Video und ciao. Leute, was läuft? Heute erstellen wir wieder einen eigenen Verein. Und wir werden für jedes Tor, was wir schießen, 3 Millionen Euro an Transferbudget bekommen. Und wir werden für jedes Tor, was wir schießen, 3 Millionen Euro an Transferbudget bekommen.